Die Boogie Brothers sind heute bereits 2.20 Uhr aufgestanden, aber erst um 8 Uhr losgefahren. Aber jetzt sind wir rechtzeitig angekommen, um ein bisschen Rock'n'Roll und Boogie Boogie zu spielen. Hier an diesem wunderschönen Tag bei Kennis Zucken Manufaktur. Und wir können auch sehr das Kuchen-Guffet empfehlen. Ihr habt es heute geschafft, alle Sorten einmal zu kosten. Das haben wir uns vorgenommen. Wir haben auch schon angefangen, bis 16 Uhr haben wir noch Zeit. Es lohnt sich. Also kostet ruhig den Kuchen natürlich auch die Suchen. Schaut euch ein bisschen rum. Es gibt über 40 Aussteller, haben wir gehört, durch das ganze Gelände verteilt. Und wir werden ein bisschen für musikalische Unterhaltung suchen. Wenn ihr so zwischendurch hier aufschlaft und euch ein gemütliches Plätzchen sucht, seid ihr hier voll richtig.